Hallo! Wir sind das Team von Indahye Edition, der erste Fair Verlag, der von einem afrikanischen Migranten gegründet wurde. Bereits seit drei Jahren arbeiten wir nun schon daran, die Welt bunter und besser zu machen. Indem wir unsere Leser und alle anderen Menschen mit toller Informationen und Wissen, die auch manchmal Alternative sind, damit es den Menschen besser geht, damit sie glücklich sind, damit sie erfolgreich und gesund sind. In unserem aktuellen Projekt geht es um ein Thema, das alle betrifft. Jeder hat jemanden im Bekanntenkreis oder in der Familie, der an Krebs erkrankt ist. Unsere aktuelle Buchreihe, an der wir gerade arbeiten, heißt Die verkrebste Generation und sie zeigt auf, welche Chemikalien uns tagtäglich vergiften, ohne dass wir es wissen, ohne dass es uns bewusst ist. Sei es in der Ernährung und sogar in Babynahrung oder in Bioprodukten, sei es in Haushaltsprodukten oder Kosmetikartikeln, in der Technologie, in der Medizin – überall lauern diese versteckten Gefahren. Und diese Buchreihe wird erstmalig und einzigartig aufzeigen, wo diese ganzen versteckten Gefahren lauern und auch wie wir sie vermeiden können und welche Alternativen es gibt. Dabei ist Dir ganz bestimmt schon aufgefallen, dass dieses Video kein schniekes Kinoformat hat. Ja, das ist doch Absicht, denn alles, was wir beim Indie Edition Verlag verdienen, geht in die Produktion neuer Bücher und in unsere Autoren. Wir sind professionell unprofessionell und das ist doch gut so. Viel Spaß! Hi! Ach, hallo, na? Wartest du schon lange? Nee. Ach, das wär doch ja auch schön, was zu trinken. Ja, ich auch. Ist ja auch ganz wichtig, dass man bei dir besser genug trinkt. Ja, das stimmt. Stopp! Was machst du, weil du kannst dich umbringen? Und das, was du da trinkst, bringt dich nicht um. Ihr denkt euch jetzt ganz bestimmt, die beiden, die übertreiben ja mal total. Die machen Witze, das kann nicht ihr ernst sein. Gute Nachricht, natürlich haben wir gerade übertrieben, darum ging's ja auch. Aber die schlichte Nachricht ist, wir machen eben keine Witze. Das ist unser voller Ärmst. Jeder von uns nimmt täglich über 14.000 krebserregende, giftige Stoffe zu sich. 14.000 Chemikalien, mit denen wir uns eincremen, die wir essen und die wir trinken. Traurigerweise macht die Industrie auch keinen Halt vor Baby- und Kinderprodukten. Ja, was soll ich denn dann noch essen? Tja, dieses Totschlag-Argument lassen wir nicht gelten. Das ist totaler Quatsch und nur der Versuch der Industrie, uns mundtot zu machen. Denn wenn du weißt, wo die giftigen Stoffe enthalten sind, hast du die Wahl und damit die Macht zu entscheiden. Das hier sind Produkte, die wir im Alltag benutzen. Wir können euch jetzt fragen, was genau davon ist krebserregend und was nicht? Naja, dabei handelt es sich um eine Formfrage, denn alles ist krebserregend. Alles beinhaltet krebserregende Stoffe. Fakt ist aber, dass du die Kontrolle darüber hast, was du kaufst und was du benutzt. Hilf uns, dir zu helfen, krebserregende Stoffe im Alltag zu erkennen und sie zu umgehen. Und wir entscheiden uns gegen den Krebs. Warum brauchen wir als Verlag deine Unterstützung? Das hat drei Gründe. Erstens gehen unsere Bücher mit ihren brisanten Informationen gegen die Interessen der Industrie. Und auf normalem Wege haben diese Bücher kaum eine Chance, möglichst viele Menschen zu erreichen. Zweitens können wir mit deiner Hilfe die Produktionskosten senken. Denn wir können einfach gleich eine sehr große Auflage bestellen und damit den Verkaufspreis niedrig halten. Auch wieder, damit möglichst viele Menschen diese Bücher sich anschaffen können. Und drittens brauchen wir deine Hilfe, um die Aufmerksamkeit auf diese Bücher zu lenken und auf dieses brisante Thema. Das heißt, wir müssen das Wissen verbreiten und wir müssen möglichst viele Menschen erreichen. Denn das ist unser Hauptanliegen. Diese Buchreihe, diese Bücher dürfen in keinem Haushalt fehlen. Und diese leicht verständliche und leicht erklärten Informationen müssen jedem zugänglich gemacht werden. Du kannst uns helfen, indem du spendest, indem du die Bücher damit quasi vorbestellst und mit bei den ersten bist, die sie bekommen, wenn sie dann frisch gedruckt sind. Und außerdem kannst du dir viele schöne Dankeschöns sichern. Von einer persönlichen Postkarte von uns bis hin zu richtig tollen Erlebnissen, wie einem Kochkurs mit Danze Danze. Oder einem Vortrag, den er gerne im Kreis deiner Freunde oder Familie hält. Oder ein Ernährungscoaching mit Danze. Ich habe vier Jahre gebraucht, um diese Buchreihe zu schreiben. Hilf uns, damit wir den Kampf gegen den Krebs gar nicht erst führen müssen. Danke für deine Hilfe. Weitere Infos zu uns und unserer Arbeit findet ihr auf www.inderi.de und in den sozialen Netzwerken wie Facebook, Twitter und Co. Jetzt noch viel Spaß mit unseren Outtakes. Ah, da bist du ja endlich. Ja. Hast du schon lange gewartet? Ich hab ja mein Getränk. Passt. Ja, ich auch. Nein! Oh Gott, was machst du denn? Ja, trinken. Was machst du denn? Äh, ist das alles wegreiniger? Nein, das ist gewohnt. Ja, die reisen halt viel. Wenn die dann so eine Aufnahme haben mit Hintergrund und so. Achso. Mach mal von vorne. Mach mal von vorne. Ich hab vier Jahre gebraucht, um alle diese Buchreihe zu... Nochmal. Hupala. Lässt du mal. Es wird jetzt klappen. Okay. Damit ihr diese Produkte aus dem Alltag verwandeln könnt. Denn diese Bücher und die Informationen darin gegen... gehen... scheiße. Wir sind das Team von Indaye Edition. Der erste Fährverlag aus Deutschland von einem afrikanischen Migranten gegründet. Bereits seit drei Jahren arbeiten wir nun schon daran. Du kannst... Ja, das ist... 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 Ja, das kann man am Ende sogar nehmen, als äh... Ja.